Die Baustelle an der Sandkroger Straße bei Kirchharten steht im Zusammenhang mit der Sanierung eines Pumpwerkes. Das Pumpwerk fördert Schmutzwasser aus Kirchharten nach Sandkrog zu einer Kläranlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes. Im Zuge der Sanierung werden Pumpen und Anlagen ausgetauscht, die in die Jahre gekommen sind. Damit das Schmutzwasser während des Einbaus der neuen Pumpen und Anlagen weiter in Richtung Kläranlage gefördert werden kann, musste ein direkter Zugang zu einer vorhandenen Druckrohrleitung geschaffen werden. Dies führte zu einer halbseitigen Straßensperrung, die heute aufgehoben wird. Die Baukosten für die Sanierung des Pumpwerkes sowie das Erneuern eines Schmutzwasserschachtes belaufen sich auf rund 50.000 Euro. Die Bauzeit beträgt insgesamt drei Wochen, jetzt nur noch zwei Wochen.